1, 2, 3 Lass Fenster gehen, oder? Wir sind einfach nur reingejoint Ja, wir sollen Fenster gehen, RG Nothing, nothing Ja, hab ich schon geworfen Du musst mich dann resten, ne? Sonst bekommst du keine mehr Dann gehe ich für den Tunnel, oder? Ja, aber bleib bisschen hinten, dass du nicht da vorne stehst Aber Ausgang Tunnel Fenster tot Neu Quarks Lalo live Lalo, nice Auf Video wieder Und raus Ey, da war so nice Ey, ich hab ihn auf die Box gesprayt Ich hab so 2-3 mal Headshot gehört Und dann sehe ich so einen Wutz rechtser vorbeikommen Wieder drauf gesprayt, versucht so wegzurennen Ich glaube SS meins ist Video Oder Hack Oder Barnett Oder weiß ich viel Einfach wieder Fenster gehen Ich geb dir Star die Legend Er hat schon Legend Mach einfach wieder Ich hab mich selber gerettnated Ist da Mmmmm Aber ist in meiner겠 Unter Fenster Nöö Chain Hab ihm das da hingelaufen und ich hab ihn geholt Ey, da ist nach gleiche gerasht Aber der hat es nicht geschafft Anders chillt, ach, nur ganz vorgehen Lasst euch hier chillen, ok? Da wir resten mhm Ich schau mal in den Tunnel, dass er nicht da rein ist, aber ich glaub da war Base. Soll ich schauen, oder nicht? Ein Blick am Erwagen, du. Der verarscht uns irgendwo. Bleibt ihr mal da? Ja, ja. Hab ihn. Weißt du, was ich hab gemacht? Ich hab einfach geduckt und dann auf den Kopf geschossen. Ja, Conny, hallo. Ich schau mal, wie die die ganze Zeit beledigen. So, ja, Legend. Vergesse ich da alles. Tunnel mit UTX, Tunnel, 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 unser Tunnel. Ja, die treffen nicht mal rein, ne? Da hat jetzt zwei Nels geworfen, keiner reingetroffen. Hast du gesehen? Ja, Tunnel noch. Nicht Tunnel gehen. Tunnel! Nein! 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 Da hast du mich draußen nicht gesehen. Nee! Ich bin jetzt drin. Ach so, ich dachte, du hast mich draußen gesehen, deswegen hab ich gesagt, kannst du pressen. Ach. Lol. Ich hab nicht schon so nach außen geschaut und dann dachte ich, ja... Na dann, sorry. Das ist einfach Fenster, chillen bitte. Diesmal gehör ich, dass wir mich nicht gleich in Tunnel laufen. Alle drei Tunnel, alle, alle, alle... Ja, zwei Tunnel, ja. Ah! Lol. Fuck. Ah! Ey, ich glaub, die hat vier Steine hart angemacht, ne? Da drückt nur One-It-Head-Shots mit UTX. Da drückt immer so Puff. Ja, wie gesagt. Und was angemacht. Hm. Das Fenster geht, Flo. Geh nicht in Tunnel rein, egal, dass wir damals schon... Jetzt verkacken wir immer, weil du immer da totgehend bist. Ja, dann sagst du, ne? Oh, komm, ich denk jetzt mal dann. Naja, geh, ich stell einfach mit UTX bei der Tür unten. Ah, doch, hab ich jetzt. Ah! Ah, ich weiß nicht was. Ah, deine dumme Arf... Alter. West, 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 west. Kommt. Ah! Mein Gott. Ich kann doch nicht alles alleine, Jungs. Ich hab zehn Kiss. Ihr habt, glaub ich, eins. Ja, ich sass grad in der Ecke und hab gedressed. Ja, okay, aber Erki... Und beide eigentlich. Ich hab zehn Null. Ich kann nicht noch mehr machen. Ich nehm jede Runde zwei, drei mit. Ja, das kam... Ist geil. Kommt der automatisch mit, oder muss ich's sagen? Ich... Ich geh richtig durch. das ist gut red, jetzt gehen hier durch Wände geil ja, jetzt wissen die das Tunnelbund, die stehen direkt vor der Tür die müssen direkt rein die guys kommen hier perfekt rein einer ist oben, ja jetzt aber nicht mehr komm ey, der hat Hack, ich schwör der hat so Hack, alter ist auch der, der die ganze Zeit gelackt hat der hat dir im Jump und mir auf den Buddy gegeben ja, alle drei also nehmst du grad auf? ich nehm noch auf, ja ok wenn der tot ist, ist easy win aber dadurch no recoil aber der meint, dass ich Hack oder so, weil ich so gut treff dann macht er das auch zwei Leute zwei Leute oben im Fenster war einer oben im Fenster ja der Pfee feiert zu hart auf meine Name dumme Spast, alter das ist zu schlecht ich schwöre, ich bekomme noch A-Kick von der Typ der Sacker war Bescheid der Sacker war Bescheid, ne? ja, ich lass wieder einfach laufen ja ich hab richtig gute Kills gemacht ich kann euch eh Montage von machen lass wieder Fenster campen ich hab so ne Idee, dass ich wieder komm und ich bin fast tot, ne? mh alle kommen runter rest zuerst, versuch zu resten, einer aber die fuck off, alter komm nicht ran lol dazu angemacht, ne? weißt du? ey dazu angemacht, hat mich einfach durch Wand gekillt oder Ergi? ich hab mein Kopf gar nicht gezeigt auch nicht einfach wieder dahin gehen, egal einfach wieder dahin gehen jetzt weiß ich, dass sie kommen weil die jetzt, denke ich, die gewinnen damit dann bleib ich mal direkt an der Tür, ne? ok, links in der Ecke stehen links in der Ecke weil du dann After Night abgehst, kannst du direkt resten seit tun, dann ist einer man verzieht mit After Night dann immer so oder so ein bisschen da fliegen so viele Nades die wissen jetzt, dass ich hier unten stehe, ne? die würde ich schmeißen das vom Tunnel? vom Tunnel Fenster fliegen so viele Nades die wissen jetzt, dass ich hier unten stehe, ne? die würde ich schmeißen das vom Tunnel? vom Tunnel Fenster komm komm pushen, pushen um für eine Runde für eine Runde hm? alter, wenn wir das gewinnen, ist wieder ein geiles Video kein Rematch mehr nö mit wieder zusammen kannst du da erst gehen? moi jetzt reden bitte, wir machen gerade zu weh jo, ich hab schon gehört das Mach ist einer sind unser Tunnel kommen ja komm 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 Ergi. Schaffst du? Das Slot needed. Versuch runterzulaufen. Versuch runterzulaufen. Nicht mit Wasser. Ja. Kannst du resten? Oh mein Gott. Da kommt ein Messer. Ah, das war schade. Okay, wieder Fenster. Ja, wieder Fenster. Ich muss einfach schneller sein. Ich muss direkt reinpushen und schießen. Und einer muss links neben mir an der Ecke stehen, ne? Ergi, du gehst wieder links neben, bitte. Traufen. Einer's Tunnel. Weggehen, weggehen. Ich bin tot, Flo. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann nicht hoch. Doch? Nö. Ich kann untersehen. Ich habe perfekte Leichen. Ich komme hoch. Ja, beide. Beide. Naja, egal. Ja, 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 egal. Vielen Dank.